Hallo und herzlich willkommen zu Wolfenstein's in New Order. Das zockt heute euer AlphaWolf. Wir werden allerdings, ja, es war also, ich höre gerade, dass ich mal die Musik ein bisschen leiser reden. Aber vorhin habe ich nur mit meiner Anlage ein bisschen, so 10 Minuten angezockt. Hallo? Ah, das ist okay. Äh, mh, mh. So, machen wir neu, was nehmen wir denn? Oh, ich darf nicht spielen, Papier, wie süß! Oh, guck mal, ich bin ein Schnelles. Ja, also, wir sind ein Rückgabe der Spieler, wir sind ein fucking Wolf. Nein, lass sie nur kommen. Bla, 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 lass sie nur kommen. Also ein leibhaftiger Tod, ähm... Hallo, ich bin ein Omni, ich bin zwar ein Eiferwolf, aber... Nein. Gut, das ist ja nicht mal eine fette Luftlandeoperation, was? Ja, schön, dass du nicht pissen musst, aber so wie es ausschaut, ähm, ist hier nichts mit Pissen. Ja, wirst du... Jawohl, Sir. In dem Werkzeug-Scheiken finden Sie, was Sie brauchen, eine Zange und Draht. So, was ist das? Die Treibstoff-Scheiken befindet sich in der kleinen Kammer. Oh, heiß, aua, heiß, heiß, heiß. Verdammt. Große Klasse, Käpt'n, aber wir verlieren an Höhe. Wir müssen leichter werden, sonst kach. Gehen Sie zum Frachtraum und werfen Sie alles raus, was drin ist. Ja, ja, machen wir das schon, ja. So tonnenweise an Gewichte und scheiß... Was ist das überhaupt alles? So, machen wir das mit vorderen weg. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Fuck, was war das? Alles klar dahinten? Diese Flak, die feuert aus Totenkopf, was? Ah, da war es die Flak. Was zum Teufel? Feindliche Jäger! Ans Geschützbläst vorwinsch loslos! Saugere Abschüsse! Achten Sie auf unsere Leute! Nein, einiger Nacken! Weitere Zeit haben Sie nur nach Barsch mit uns. Das sind fucking Horten 9, nur Fliegler. Oh! Halt doch weiter. Lass hoch. Au. Ich muss ein Krieg gewinnen. Noch am Leben, Sie Glückspilze. Sie sind echt hart im Nehmen, Grundgückiger. Klede! Volcher 1, bitte kommen, Volcher 1. Erste Hilfe, Kofferblasko. Nimm sie. Was machst du jetzt, so verrückter Kerl? Kondor 9, hier, Volcher 1. Sie sind zu nah. Abflugt! Negativ, Volcher 1. Haben hier ein ernstes Problem mit der Steuerung. Ich muss die Formation verlassen. Machen Sie Platz, Perkins. In Ordnung, Brendel. Oh nein. Bresko, fahren Sie das Radar ein. Der Hebel oben neben den Lampen. Besten Dank, Captain. Verstehen Sie Ihr Problem, Kondor 9? Ich sehe Rauch. Sie verlieren Flüssigkeit am Ruder. Ihr Querruder ist hin. Ja, die Mühle zieht sich wie ein Segelstein. Dacke, Mörbel, für die... Oh, Kondor 9, bitte kommen, Kondor 9. Scheiße, das ist ein Truppentransporter. Kondor 9, bitte kommen, Kondor 9. Wir sind ein Truppentransporter. Wer spricht da? Private Wyatt! Und an wollte Luft nach der Brigarde. Na schön, meine Irren, hören Sie mir jetzt gut zu. Also, ziehen Sie das Steuer ein. Ja, Sir! Gut, nehmen Sie es hin beide Hände und ziehen Sie es zu sich. Auf keinen Fall dritten, verstanden? Halten Sie es gerade und ziehen Sie es zu sich hin. Hey, Sir. Wir arbeiten zu Karten, wir packen uns wieder. Okay, Private White. Sie müssen noch was für mich erledigen. Schicken Sie jemanden zur Seitentür. Sie bekommen gleich Besuch. Verstanden, Sir! Veskovich, machen Sie die Cockpit-Tür auf. Sie müssen sie aufhalten. Fertig! Komm her los! Oh, shit! Au! What the holy shit is going on? Umschalt-Taste, links, her-Taste. Aaaaaah! Das war mal knapp. Fuck! Yo, ähm, also wenn Flugs ist, die Flugs verspringen, hatte ich persönlich schon anscheinend nichts. Okay. Miteinander. Hö! Ja, ja, aah! Ich glaube, ich bin einfach so blöd dafür. Egal, in welchem Spiel sowas ist, ich brauch dafür mal mindestens 10.000 Versuche. Jetzt könnte ich jetzt schon mal das Kutel fahren, schenke ich den Rest ganz in Folge. Oh, verdammt, ich hab's also in Folge. Entschuldigung, ich hab ganz vergessen, den Timer zu stellen. Ja, ja, laberschön mir, entschöne ich mal weiter. Ich erinnere, dass die Sequenze hier gerade abläuft. Ja, ja, so. Die Folge müssen wir erstmal übelste Überlänge haben, aber es soll's. Ist noch die erste Folge. Oh, scheiße! Ah, meine Füße! Oh, dämmiges Flugzeug! Alter, Alter. Blesko, kommen Sie! So? Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Gott sei Dank sind Sie hier! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Dann verlieren wir Euro. Gern geschehen. Shit! Shit! Wenn wir Totenkopf jetzt nicht auf hatten. Kurgis, ist es vorbei! Wir werden den Krieg verlieren! Hey, Garten! Ich höre Sie! Ich muss jetzt Schluss machen! Vor uns liegt seine Basis! USA-Command! Ende! Runde und ein Ende. Halten Sie sich fest, Blesko! Ach, du heilige Kacke. Fuck, was ist das? Holy shit, was ist das? Ich habe das gleiche Problem, sitze in den Trümmern fest. Lasco, sehen Sie das da drüben? Hey Private Wyatt, leuchten Sie. Lasco, sehen Sie das Licht? Wyatt, das Licht aus! Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschütztraum unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Keine Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Bitte was? Ah, okay, ich glaube hier. Oh, ja, um den Ding zu gehen. Wenn Sie einen Totenkopf-Biestern, hätte den man schon nichts töten sollen. Was ist denn hier überhaupt hin? Ich bin schon total orientierend raus. Hier rein? Ach, hier hinten aber auch kurz hier rein, um Luft zu stappen. Okay. What the fuck? Ich bin jetzt aber echt abgefuckt, oder? Wir haben uns gerettet! Käpt'n Blastowich, Sir! Oh! Ich bin jetzt nicht weit. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Oh, Gott! Oh! Aah! Oh! Ah! Ich habe den Kaffee in den Kaffee gesucht. Ich habe den Kaffee gesucht. Ah! Wo muss ich jetzt hin? Ich weiß nicht, die Wegführung ist hier extrem seltsam. Ah, hier unten drunter geht's. Das war ein Helmchen. Ja, okay, und wie kommt jetzt raus? Hä? Ich hab's nicht so was in der Wegfindung. Alt und S, Alt und links. What the fuck? Alt, links und S. So. Überraschung. Sturmgewinn 1946. Hallo? Oh. Dies ist klar, hier gucken wir mal. Oh. Oh. Lolo. das schießt ja gar nicht so jetzt schon alles sehr interessant aus aber schwere munition hier geht es nicht lang ich bin gleich vertreten ich bin gleich vertreten ich bin gleich vertreten ja das ist hier mal der Telefon aber ich glaube hier ist der Punkt WTF was absurd für den Köter stop hey du bist der Köter Köter Kampfköter, ey. Ah, schon wieder so ein Vieh. Oh, naja, war zu langsam. Alter. What the fuck? Man verliert ja wohl mal übelst die Übersicht. Ich hab gerade übelst die Übersicht verloren, aber echt übelst. Das geht mir so gar nicht klar. Das ist mir so gar nicht klar. Ich steck doch kurz mal mein Handy ein. Das ist uns gleich leer. Ich hab dich schon gehört. Ding. Okay, der ist hier. Hey, hey. Stimmt, du Drecksvieh. Der ist hier. Das ist hier. So, jetzt sind wir hier mit in einem Grabenkampf, aber... Ich habe mich nicht in die Basen, aber ich habe mich nicht in die Basen. Was? Was? Hm. So, bis nächstes Mal Leute. Tschüss.